Kundalī Asana, die Stellung des Yogameisters Kundalī. Vivian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition, Stehhaltung, Tadasana. Von hier ausgehend beuge dich nach hinten und gib dann die Hände zwischen die Oberschenkel. Dieses Kundalī Asana. Kundalī, einer der 84 Nath-Siddhas, einer der 84 Meistersiddhas der Natha-Tradition. Und der hatte den Namen Kundalī. Kundalī hat etwas mit kleiner Ohrring zu tun, heißt aber runde Figur und Windung. Du kennst auch die Kundalini und vermutlich hatte er die Kundalini erweckt und hieß deshalb Kundalī. Und dieses Asana wurde danach ihm benannt, weil es ja auch ziemlich rund ist.